Motorball finde ich sehr interessant, sehr krasser Sport. Fasziniert mich halt. Das Spiel, die Leute treffen. Ich sehe nicht viel, ich bin fast blind. Aber das hört sich nicht schlecht an. Also als Motorballer muss man Geschick haben, man muss überlegen beim Fahren, was man macht und was man tut und mit Leidenschaft. Wenn man das eine Zeit spielt, ist diese Sporteid nicht zu gefährlich wie beim Fußball. Die Auspaufanlage wurde zum Beispiel geändert, dass sie dann unterm Rahmen lang geht. Passend zu diesem Bügel ist dann hier vorne ein Schutz montiert am Vorderrad, damit der Ball hier nicht direkt ans Vorderrad ran kann. Die Bremsanlage wurde ein bisschen umgebaut, dass man auf beiden Seiten die Fußbremse betätigen kann. Insoweit noch Änderungen, dass wir bei den meisten Motorrädern, nämlich bei allen, eine Handschaltung haben. Die befindet sich hier jeweils rechts und links. Also man muss bekloppt sein, um Herzblut zu haben für den Motorball. Auf Wiedersehen!